Hallo! Oh, das war ein schönes Hallo. Hallo! Drück deinen Knopf! Willkommen zurück zu Fall Guys, wir sind beim Torhauker. Welche Tür war die richtig? Ich hab nicht geguckt. Oh! Ihr drückt deinen Hallo-Knopf. Was für ein Hallo-Knopf? Hallo! Hallo! Hinter Zommersitz in mich gerade. Oh ja, geil! Und tschüss! Ich liebe das, wenn die so blöd sind und sich direkt am Anfang zeigen. Man hat ja keinen Nachteil rauszugehen. Ja, ich hab mit einer Runde bei Paluten einen Hacker enttarnt. Ich hab zufällig den festgehalten und runterkicken wollen, der als einziger in der Runde gehackt hat. Und dadurch ist er dann hochgeflogen und wir haben erst herausgefunden, dass überhaupt einer drin ist. Ja, dann bin ich gestorben. Und er hat gewonnen. Alter, diese Runde mit dem Schweif bei dir, was war denn da los mit dir, Junge? Keine Ahnung. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn! Ich renne 20 Sekunden weg! Naja, ich hab aber auch... Also, es sah trotzdem so aus, als hätte ich ihn gehabt, oder nicht? Du hattest ihn gepackt gehabt, aber du hast den falschen gepackt gehabt. Genau, und dann kam da dieses Wusch, dieses Gelbe. Ja, aber bei einem anderen als dir. Und da dachte ich dann... Naja, es war schon sehr in mir auch. Leute, wenn wir jetzt drei Runden hintereinander einen Hacker haben, sehen wir uns gleich bei der Playstation. Ich sag dir denn, wenn ich einmal wechsle, dann bin ich aber weg vom PC. Ja, warte ich halt, bis Crossplay da ist. Stimmt. Wenn du den Delay auf der Playstation einmal gespürt hast, wechselst du wieder zurück. Hä? Du meinst dieses, dass wenn man springen drückt, er gar nicht springt? Allgemein ist die Eingabe Verzögerung höher. Also auch das Diven und so passiert eine halbe Sekunde später. Äh. Oh nein, bitte! Spring doch nicht, du fette Stück, du fette Stück! Die Seite ist komplett runtergekippt die ganze Zeit. Ich komm nicht weiter. Ja, 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 ja. Komm, komm nach rechts, ich rette dich. Ich bin links. Ja, Pech. Ja, links ist die ganze Zeit unten. Da. Ich muss ja ultrataktisch vorwärts gehen, aber wir haben scheinbar die komischsten Leute der Welt in der Runde. Ja. Oh, was macht der denn da? Da ist der Ninja. Ja. Kannst du mich irgendwie reden? Ich bin schon im Ziel. Kannst du mich irgendwie reden? Wo bist du denn? Ach, da, da, da. Ich seh' dich, seh' dich. Du schaffst das. Oh. Ja. Perfekt, okay, und jetzt lauf. Lauf, ich seh' dich. Ich renne. Ja, ist das schön. Einmal im Kreis. Einmal im Kreis. Warte, ich seh' dich nicht, seh' dich nicht. Da. Einmal im Kreis. Bring mir ihn um. Äh. Falkling. Ich hatte mal ne Runde. Ich hab' glaub' ich fünf Leute umgebracht. Ja, ich erinnere mich auch an so ne Runde. Und mit Baudado wirst du ja kaum so gewesen sein. Ja, mit Paluten auch nicht. Der will auch nie Leute töten. Versteh' ich nicht. Kraxler, bitte. Ja, Schleimkraxler. Ist so lustig. Ja, 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 ja. Hey! Das zweitbeste Spiel. Team abschweifen. Ah, das macht so viel Spaß. Nicht. Wenn du dich von diesem Hammer in die Mitte kicken lässt, auf diese Schrägen, kannst du aus dem Map rausglitchen. Will ich das? Wenn du einen Schweif hast? Ja, okay, mach' ich. Ja, aber das passiert, glaub' ich, echt nicht so häufig. Ist mir egal. Echt, wenigstens haben wir was zu tun. Und jetzt, bitte. Bitte. Und. Nein, nein, nein. Oh Gott. Der Blaue hat dich einfach genau da gepackt. Ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Alles gut. Hallo, hol dir einen Schweif, bitte. Ich hab schon. Hol dir bitte noch einen. Okay, ich hol meinen Mann zurück. Wow! Wie kann man denn da reinfallen? Ich würd' das gerne sehen. Oh, nee, jetzt ist schon wieder ein roter, mein Schweif geklöt. Jetzt ein blauer. Warte, probier's. Hui! Ey, da war wer im Weg. Oh, fünf Sekunden, ich sollte aufhören mit dem Spaß. Nein! Bitte nicht! Oh Gott, ich dachte schon, er... Oh. Oh Gott. Gold! Hab' ich gerade geschwitzt. Ich hab' gerade auch meinen verloren und nochmal bekommen ganz am Ende. Und... Tschüss, ihr Lappen. Bye! Bye! Finale. Für 30 Leute. Ja. Und es geht um den einen Schweif. Ey, das würd' ich aber gerne sehen. Oh, ho, 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 ho. Einfach so'n Hauf beim Blocks, die übereinander hängen zwei Minuten... Ja, stell dir vor, wie das am Ende dann aussieht, wie oft der Schweif dann da durchgeswitcht wird. Wir haben sehr viele lila Ninjas. Ich hab' ja auch meine Ninja-Hose für fünf Kronen gekauft, obwohl ich die gar nicht will. Ja, ne? Warum? Richtige Verschwendung. Ja, keine Ahnung, weil jetzt grade eh nichts im Shop ist und... Ja gut, also mein Goll ist es halt, ne... Hast du ja gehört. Ich glaub, du hast es in meinem Video geguckt, unten alles leer kaufen. Ja. Hatte ich bestimmt motiviert, da fünf Kronen für ne Hose auszugeben. Ne, das war davor. Achso. Wollen wir uns treffen? Komm her. Ja. Wir brauchen Kronen, Leute, weil es gibt den Affen. Manu will bestimmt den Affen. Den Affen gibt es nicht. Der Affe ist ne Lüge. Okay. Immer erwähnst du nen Affen und... Ja, ich hab'n gar nicht gesehen. Willst du nicht den Affen? Doch, will ich. Klar, aber den gibt's ja nicht. Affenbruder. Eigentlich ist das bei Looten, also darf ich den gar nicht kaufen. Hä? Ich hab'n Affen-Format auf meinem Kanal. Du bist ein Affen-Format? Ich bin der Affe. Ja, Bloons Tower Defense. LOL. Flick! Nein! Fast Karma! Bist du... Ja. Nein! Nein, qualifiziert! LOL! Ernsthaft? Am runterfallen, ja. Ja, das hatte ich auch mal. War das hier? Ne, bei... Wo war das denn? Ich war... Ich hatte den Controller schon weggelegt, weil ich wirklich schon... Ich war unten, aber ich wurde trotzdem noch qualifiziert. Also ich muss... Also ich muss... Okay, mit Manu muss man echt aufpassen, weil ich spiele irgendwie so mit 15 verschiedenen Leuten Vollgas und es gibt niemanden, der einen absichtlich in Spielen umbringt, außer Manu. Ja und? Hä? Ja, ich greife dich jetzt nur auch an. Merke ich mir. Ja, aber warum? Hä? War doch alles so'n Spaß! Ich halte jetzt den Ball auf. Ja! Genau! Äh... War nur kaputt gemacht. Nice! Äh... Einer von uns ist auf K, okay. Ernsthaft? Wie kann man im... Im Spiel auf K? Die Runde geht Alster da. Ja, der musste vielleicht einfach zur Post. Vielleicht war das Paluten. Ja. Vor allem zur Post. Zur... Zur Tür. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Ich halte den Ball auf. schieben. Oh nein, wir haben verloren. Danke, Zombie. Oh Gott, ich halte die, ich halte blau auf. Aber da sind wir uns. Okay, perfekt. Wir sind fünf blaue. Also wir gewinnen eigentlich, wenn wir an denen vorbeikommen. Ja, aber hier sind halt echt viele. Ja, ich seh's. Oh, nee. Oh, nein. Ja, ihr habt alles komplett in der Ecke. Geh du zurück, geh du zurück, oder? Also zu unserem Ball, ich hab echt Angst. Nee, nee, beschieben, beschieben. Geh weg. Ja, beschieben so schräg einfach immer. Ja, ja. Ich halte ihn fest. Einfach hin und her verschieben immer. Ich halte die fest. Oh, noch ein kleines Stückchen. Oh, nein, nein, ich zieh ihn, ich zieh ihn. Noch mal Seite weg. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Kann wir noch mal in die andere Richtung schieben. Ja, ja, ich drück mit, ich drück mit. Als ob die jetzt hier sind und noch mal brennen wollen. Krass, das hab ich auch noch nicht gesehen. Richtige Lutscher. Verzieht euch. Hallo. Hallo. Ich hab auf meinem Soundbottom einen Knopf, der Hallo sagt. Hallo. 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 Und ich hab ein. Ich hasse das Spiel. Knopf, falls ich verlieren sollte. Da ist nur, ich will da, dass die Taube gewinnt. Die weiße. Das ist die Palubentaube. Die weiße Taube? Ja. Nämlich hat die Runde keiner gepackt. Naja, also eigentlich schon. Manu hat mich gepackt. Ja, eigentlich schon. Ich gehe da rüber. Oh. Hi. Komm. In das Gesicht. Oh, aua. Ja. Zwei runter. Du auch. Nice. Okay, komm, das war's. Ja, Frieden. Das war genug Krieg. Aber in der Luft gegeneinander getestet. Mann. Hey, was will die denn jetzt von mir? Ey, ganz im Ernst, ne? Was seid ihr denn für Rambo? Ich höre dich fest. Lol. Ich hab ihn fast umgebracht. Er ist hingefallen. Ich hab sein Leben zerstört. Ich geh auf den Ninja. Ja, mach das. Ich... Der Ninja ist dir gefolgt. Ich werd nochmal... Ne, okay. Oh Gott. Bitte töte den Ninja. Der war ganz böse zu mir. Hier, was mach ich denn? Ja, ich bin beim letzten. Ich konnte hier nichts mehr holen. Will ich da rüber? Will ich zur... Ja, alles klar. Danke. Ich hab runtergefallen. Das ist mein Leben zerstört. Zerstört! Ja. Der hat nicht nur einmal mein Leben zerstört, sondern zweimal. Oh. Dieser Typ, ne? Ist der... Der ist auch gestorben. Er zerstört mein Leben und gewinnt dann nicht mal. Der Ninja. Der Dino hat gewonnen, oder? Der Ninja. Der Ninja. Ne. Warum sind wir schon wieder bei den Wippen? Warum ist hier schon wieder ein Hacker? Warum sind wir beide ganz hinten? Ja, bitte ein Hacker. Dann darf ich rausgehen. Ja. Oh, hier sind wieder schön viele Pferdis. Die hab ich vermisst. Ich bin noch nicht ohne meine Pferdearmee hier im Spiegel. Ich bin hinten. Ich bin noch weiter hinten? Ne. Ich bin runtergefallen. Ne. Bin ich auch fast. Deswegen meinte ich, ich bin noch weiter hinten, aber dann hab ich überlebt. Pferdis, ja. Ja, wie sie über die Weiden galoppieren. Ja. Über die Wippen. Das sind alles Eponas für mich. Willst du dir ein Eponas Lied? Ja. Kannst du Eponas Lied mal singen, bitte? Ich, ey, das ist ja so ein... Wie kann man da eigentlich noch ins Ziel kommen, wenn man irgendwie sechsmal runtergefallen ist? Oh, den töd ich. Nein, lass mich doch! Hä? Was war denn mit ihm los? So, was wünsche ich mir denn? Ich wünsche mir jetzt einmal das Drehding und dann Fußball und dann das Drehding als Finale. Nein, ach komm. Das Rollfeld. Das AFK-Feld. Ich will ne Hard-Mode-Playlist, wo von jedem Spiel ne schwerere Version ist, aber wenn man gewinnt, kriegt man zwei Kronen. Das wär cool. Ich guck gerade mal, ob ich irgendwie ne Hacker sehe, aber bisher zeigt sich keiner. Aber einfach jede Spielversion so ein bisschen getreakt, dass das ne schwerere Version ist. Ja, viel, viel schneller oder so. Das wär richtig cool. Ja, genau. Oh, oh. Bei den Waben gehen die Waben viel schneller weg und es sind generell schon Lücken von Anfang an da. Ja, so random Lücken. Oder dass zwischendurch Felder zerstört werden, die sich einfach random auflösen. Das wär krass. Oder dass Bälle auf das Feld schießen und die alle alles einstürzen lassen. Ja. Oh, völlig passiert. Wow, was war das denn? Ich war ja scheinbar die Ultra-Loser. Bitte nicht die ganzen Pferde. Ich brauch die Pferde. Die motivieren mich. Der lilane Ninja ist einmal in der Luft gesprungen, aber es kann einfach ein Lag gewesen sein. Ach, der Typ, der gerade als letzter rein ist. Okay. Traube, Orange. Traube, komm zu mir. Oh, das ist ein anderer Held. Den bring ich mal um. Nein, komm. Hätte ich mir hingeguckt, hätte ich mich umgebracht. Kommst du jetzt hier, Alter. Es darf nur einen geben. Es darf nur einen geben. Ja doch, das war mit dir die Runde, wo wir alle umgebracht haben. Da kommt er genau hoch. Hallo, halt dich fest an mir. Nein, halt dich fest. Hallo. Jetzt pack mich doch an. Melone, Banane, Apfel, Kirsche. Melone, Banane, Apfel, Kirsche. Bist du? Also hier? Okay, gut. Ja, ich war gerade schon sehr verwirrt, weil ich hier so alleine stand. Aber es war richtig. Ich finde das cool, wenn man sich fünf Sachen merkt. Ich habe mir fünf gemerkt und keins davon dann, das ist was bei mir auch. Ja, deswegen, ich habe extra gehört, was du dir gemerkt hast und auf die anderen geschaut, damit ich dich ergänzen kann. Kirsche hatte ich, oder? Mango. Weiß ich nicht. Auf wem hatte ich fünf noch? Mango. Schmango. Eins neu im Schmuppermarkt. Im Schmuppermarkt. Ui. Oh, Zehenspitzen. Da gibt es einfach alle normalen Produkte nur mit Schmich. Am Anfang. Schmilch. Ist das ein Shop von Paluten, oder was? Ja. Ne, von den Schmettgerianern. Ah. Wenn schon. Aber auch alles teurer, ne? Ja. Was ist nämlich, äh, Scheuro? Scheuro, eine andere Währung. Ja, aber die ist eins zu eins gleich umgerechnet. Achso. Man muss nur an der Kasse vor sein Geld umtauschen. Oh, der Ninja cheatet. Der hat's, ja, der hat's, der hat's wirklich. Ja, ja. Ich bin draus. Ich bin halt gerade der Letzte, ganz hinten. Komm, 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 drei noch. Wo riskier alles? Bist du, wo bist du? Ach da, nein. Waren nur noch vier Leute vor mir. Nicht der Geile. Das war der, wo ich sagte, ich hätte hackt vielleicht. Wenn er also den Weg hier in diesem Modus instant gesehen hat, dann ist es eventuell wirklich ein Hacker. Ich beobachte ihn. Weil ich hatte schon mal einen Hacker, der wusste, den hatte ich zweimal in einem Match, tatsächlich. Und der hat immer bei den Zehenspitzen den Weg instant gewusst. Also scheinbar gibt's dafür auch einen Hack. Naja, der Weg war jetzt aber auch echt, äh, schon geradeaus gehen, ne? Ja, ja. Ja, das mag sein, aber es war schon eine sehr einfache Route. Äh, toll. Was ist das denn hier für eine Kacke? Mann. Ich geh da jetzt rüber. Eins. Oh, Mann. Der Hacker bleibt bisher gerade stehen und lässt sich nur runterfallen. Oh. Okay. Es läuft auf lila. Das war knapp. Oh, ich bin hier oben ganz alleine. Cool. Äh, er fliegt. Nein, ernsthaft. Ja, er fliegt grad ein bisschen in der Luft. Ach Gott. Oh, ich hab's beim Rollfeld gesehen. Ich hasse es. Warum? Ja, wir können rausgehen. Ich geh nicht raus. Ich gewinn das. Okay. Er springt gerade irgendwie ganz runter, aber ich weiß nicht, was er vorhat. Er ist auf der letzten Ebene. Ey, das Spiel schuldet mir so viele Kronen. Es ist so lächerlich. Wirklich. Hey, hallo, nur weil ein Hacker da ist, heißt das nicht, dass du gewinnst. Doch. Ich, ich werde mich jetzt opfern, da ich eh nicht gewinnen kann. Ich werde in ihn reinspringen und versuchen, ihn umzubringen. Das ist doch die einzige Chance, die ich habe. Also, die andere haben dann. Ich seh ihn, ja. Flick gerade. Ja, ich seh's. Ich hab dich. Du bist so ein Verräter. Ich dachte, wir team. Ey, wie kann man so ein Lutscher sein? Also, ja. Also, du meinst, die PlayStation-Verzögerung der Steuerung würde mich in die Hölle tilten? Ich denke, ja, bis du dich dran gewöhnt hast. Aber wenn man sich dran gewöhnt hat, merkt man es wahrscheinlich nicht mehr. Ah. Ja, da, keine Ahnung. Da tendiere ich eher dazu, das Spiel beiseite zu legen. Das ist halt echt schlimm. Ja, es ist richtig Hacker-verseucht. Ich mach jetzt einen Tweet. Ne, ich mach einen Tweet. Warte. Was musst du für ein Lappen sein, um in Fall Guys zu hacken? Schön. Okay. Bewerte gerne den Part. Schaut auch in die Videobeschreibung, da ist einiges verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.